Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader, heute etwas mit Verspätung. Ich hatte kleine technische Probleme, mein Internet ist ausgefallen und ich musste jetzt erst einmal die Verbindung im Backup-System in Gang bringen. Das ist das, was wir Trader, wenn wir aktiv und nah an den Märkten traden, auch immer ein bisschen mit im Hintergrund haben sollten. Das Thema Backup-Leitung hier jetzt über LTE. Ich hoffe, das funktioniert soweit relativ gut. Gut, über GoToWebinar kriege ich das Ganze heute deswegen nicht gescannt beziehungsweise hiermit live übertragen. Das wird dann im Nachgang für alle dann entsprechend hochgestellt auf den YouTube-Kanal von Tickmill und dann können es auch alle anderen sehen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt scheint es zu funktionieren. Ich sehe es, Facebook, guten Morgen, Lütger, Elena. Heute geht es in den Handelsideen um das britische Fund im US-Dollar, also das Cable, US-Dollar, Kann-Dollar und britisches Fund japanischer Yen habe ich vorbereitet mit interessanten Charts. Nicht vergessen, heute ist Feiertag in den USA. Da wird etwas an Geld an den Märkten fehlen. Bevor wir in die Charts reinschauen, der Handel mit Devisen und CFDs kann zu Verlusten führen. Das ist wichtig. Der Risikoinweis, den bitte ich an dieser Stelle auch hier mit zu beachten und zur Kenntnis zu nehmen, damit Sie wissen, wie das funktioniert. Schauen wir gleich mal auf die Tagesnachrichten. Wir sehen es hier gerade auf der Uhr, auf der Vorschau. So viel gibt es heute nicht. Das Mengengerüst kam hier aus China heute Nacht. Die Zahlen dort, muss ich sagen, im erwartbaren Bereich. Also es gab jetzt keine bösen Überraschungen. Dort hat alles soweit hingehauen. Auch die Erzeugerpreise, die wir um 8 Uhr aus Deutschland bekommen haben, die waren, Moment, die Erzeugerpreise, da muss ich noch mal kurz schauen, die waren, glaube ich, unter den Erwartungen gewesen. Ganz kurz einen Augenblick. Das hat mir vorhin die Zahlen weggeschmissen, als das Internet ausgegangen ist. Ich hoffe, ich kriege es relativ schnell jetzt mitgeliefert. Aber ich weiß, die Erzeugerpreise waren unter den Erwartungen. Von der Seite her haben sich anders entwickelt, wie das Ganze geplant worden ist. So, schauen wir jetzt in die Charts rein, würde ich sagen. Nein, hier kriege ich die Zahlen. Super, funktioniert. Kurz einen Augenblick bitte. Das ist heute alles etwas langsamer, wie bei einer 100.000er DSL-Leitung. Das merkt man doch am Ende schon. Ich habe es jetzt hier. Die Erzeugerpreise sind um 0,4% gesunken. Eine Prognose, hier steht sie noch von 0,1. Wenn wir jetzt aktuell in die Daten reinschauen, auf Investing.com stand ein Minus von 0,2. Aber die Zahlen waren hier schlechter, als erwartet. Das also von der Wirtschaftsfront aus den Nachrichten. Gucken wir direkt in die Charts auch hinein, dass wir uns mal mit den entsprechenden Handelsideen auch beschäftigen können. Ich starte mal hier gleich durch mit dem US-Dollar, Kann-Dollar. Wir hatten das Währungspaar noch vor ein paar Tagen besprochen, als wir hier unten standen. Hier an dieser Marke 1,31800. Dieser starke Schub nach unten. Und damals wie heute galt das Gleiche. Wenn wir uns das Ganze hier in der Woche mal anschauen, dann haben wir einen schönen aufwärtsgerichteten Wochentrend, der jetzt in eine tiefe Korrektur reinläuft. Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze hier mal so anschauen, Woche Kombination mit dem Tag, haben wir hier ein interessantes Muster. Was wir jetzt aus der tiefen Korrektur raus traden können, wenn die Umkehr tatsächlich auch nachhaltig kommt. Jetzt brauchen wir halt die Umkehr nach oben. Und was wir hier sehen, ist momentan, dass wir den Markt untergeordnet schon hochlaufen sehen. Also das heißt, er trendet schon nach oben. Und das ist ja das Interessante, was wir hier an dieser Stelle mit beobachten können, dass der Markt tatsächlich momentan auch hoch will. Momentan gibt es noch keinen Trend. Das sage ich an dieser Stelle auch ganz klar. Sie wissen ja, ich handele mit dem Trend im Hintergrund und auf Tagesbasis haben wir noch keinen Trend. Aber was passiert denn, wenn der Tag einfach so weiter hochläuft, wie wir das hier drüben gehabt haben? Ich meine gut, er läuft jetzt hier etwas seitwärts. Das sieht man ja, das ist so ein Durchatmen auf hohem Niveau. Und das ist eher die Situation, dass man hier auch sagen kann, okay, es könnte hier gut und gerne auch sein, dass das, was ich hier in der Stunde eingezeichnet habe, nach oben weiter fortgesetzt wird. Und dann läuft der Markt hoch, ohne so einen Trend hier erstmal zu bilden. Aus diesem Grund gucke ich hier gerne, was in der Stunde passiert. Das heißt, das, was ich hier jetzt als Idee habe, ist, dass sich die Stunde nach oben hin fortsetzt. Bevor wir in die Stunde reinschauen, schauen wir aber nochmal, was ist denn nach oben am Potenzial jetzt erstmal da. Und da sehen wir hier, Werte liegen um die 1,33241, beziehungsweise hier oben die 1,33881. Das sehen wir dann auch im Stundenchart. Das sind markante Marken. Hier sehen wir es halt an den entsprechenden Tageshochs nach unten hin. Haben wir ein bisschen was an Support noch liegen. Wie schon gesagt, hier die 1,318. Und hier unten als nächstes die 1,316. Bevor wir hier unten die 1,31268 haben. Das sind so ein paar Levels aus dem vorangegangenen Aufwärtsschub, wo der Markt gut und gerne auch wieder rumdrehen kann, falls es doch nach unten läuft. Beziehungsweise das wären dann tatsächlich auch Anlaufpunkte, wenn er runterläuft. Weil wenn er runterlaufen würde, wenn er jetzt das, was wir hier in Magenta markiert haben, nicht hält, dann haben wir den Weg nach unten. Dann bildet er einen Abwärtstrend und dann geht das Ganze im Trend weiter nach unten. Und dann haben wir auf Tagesbasis hier definitiv den Trend nach unten. Aber für das kurzfristige Geschehen schauen wir einfach mal in die Stunde rein. Und da kann man halt auch sagen, okay, warum denn nicht die Stunde auch nutzen, wenn sie uns hier ein Handelssignal nach oben gibt. Und das wollen wir hier dann selbstverständlich sehen. Und da haben wir dann nach oben auch einiges an Potenzial liegen, wenn sich das Ganze hier nach oben hin fortsetzt. Hier habe ich es mal eingezeichnet. Das ist der Aufwärtstrend, der hier untergeordnet auch entstanden ist. Das haben wir in der Stunde gesehen. Und das, was wir jetzt hier im Markt haben, ist die korrektive Phase dieses Trends. Jetzt habe ich es. Nein, ich habe es noch nicht Magenta. Ich mache es gleich nochmal Magenta. Das ist die korrektive Phase. Und diese korrektive Phase, wenn sie sich wieder rumdreht, dann setzt sich dieser Aufwärtstrend nach oben hin fort. Und das kann man dann ja gut und gerne nach oben hin mitnehmen. Das ist das, was wir hier an dieser Stelle auch mit sehen können. Und was wir hier auch nach oben hin mit traden können. Wie schon gesagt, Anlaufpunkte gibt es mit Blick nach hinten einige. Wir haben sie hier liegen. Hier haben wir ein Level liegen. Das war der Tageshoch, das ist die rote Linie, die hier drinnen liegt. Nächstes Level ist dieser Bereich hier oben und hier. Also das kann man sehr, sehr schön aus den Charts rausziehen, wo da eventuelle Punkte sind, die der Markt nach oben auch mit anlaufen kann. Wenn hier die Absicherungsorder der Trendhändler liegen, die den Abwärtstrend hier getradet haben, könnte es gut und gerne sein, dass dort weiter Bewegung auch in den Markt kommt. Und wenn nicht, sehen wir es als Widerstand und das Ganze nach unten rumdrehen. Da können wir dann hier natürlich auch noch drauf reagieren. Das also hier zum US-Dollar, Cannes-Dollar. So, dann schauen wir als nächstes mal in die Währung auch wieder im Tagesschart, dem Great Britain Pound, Japanese Yen. Also hier auch wieder auf Tagesbasis im Zusammenhang mit dem britischen Fund. Aber hier eine etwas andere Geschichte. Der Chart sieht ein bisschen anders aus, als den, den wir gerade gesehen haben. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, sehr, sehr, sehr interessant, was hier zu sehen ist. Warum? Wir hatten ja hier diesen starken, starken Peak nach unten. Thema Flashcrash im Yen hatten wir auch bei anderen Währungen schon. Der Markt hat hier schön nach oben korrigiert. Dann gab es die kurze Gegenbewegung und dann hat sich der Aufwärtstrend gebildet. Das heißt hier, was wir sehr, sehr schön sehen, ist, dass wir hier eine deutlich große Aufwärtsbewegung innerhalb eines untergeordneten Aufwärtstrends schon gefunden haben. Wenn wir uns das Ganze mal im größeren Bild auch anschauen, da sehen wir, der Markt ist hier im Großen noch abwärts gerichtet. Das ist jetzt alles kein Problem. Das muss man einfach wissen, in welchem Zusammenhang den Trade dann entsprechend im Portfolio auch ausgeführt wird. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir hier mal drauf blicken, das ist jetzt ein Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend, der korrigiert jetzt. Wir haben hier dann im Markt nach oben hin den nächsten Widerstand bei 1,42,770 und danach hier das Trend hoch bei 1,43,936. Das sind die Dinge, die wir da oben liegen haben, die auch auf uns warten können. Und jetzt wird es hier interessant, was nach unten hin passiert. Wir sind jetzt hier wieder in diesem Level, wo wir hier auch diesen Bruch hatten, wo der Trend, dieser Abwärtstrend, dieser Abwärtstrend, der sich fortgesetzt hat. Das war die Marke von 1,41,176, war das tief hier gewesen. Hier hat es sich fortgesetzt, da sind wir jetzt drüber gelaufen. Jetzt laufen wir hier wieder zurück. Das ist also korrektive Phase dieses Aufwärtstrends, den wir haben. Wer jetzt sagt, Korrekturhandel wollen wir machen, gucken wir in die kleinen Zeiteinheiten. Ein Potenzial ist da definitiv da. Wir sind ja hier relativ hoch noch im Status von dieser Bewegung her. Also da ist ja noch nicht so viel korrigiert. Das heißt, im Kurzfristigen ist da schon noch einiges handelbar. Was haben wir da liegen? Nach unten hin stehen hier die Marken 1,39,522 bzw. 1,38,977 als nächste Tagestiefpunkte unten drinnen. Und wer sich das Ganze gerne mal in der Stunde anschauen möchte, voilà, hier haben wir es. Die Stunde hier ist nicht immer so sauber verlaufen, ist aber auch normal in solchen Phasen, wie wir es jetzt haben. Aber hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Jetzt haben wir das Ganze hier. Jetzt läuft das Ganze ein bisschen in Kleintrend nach unten. Also die Korrektur dieser Bewegung hier nach oben ist hier gerade am Gange. Anlaufpunkte nach unten haben wir, wie schon gesagt, wenn wir mal uns diesen Schub hier anschauen. Das sind die nächsten zwei Punkte, die wir markant aus diesem Chart auch rausnehmen können. Also hier um die genannten 1,39,5 und 1,38,9, knapp 1,39. Und danach kommt schon dieses Tief hier unten. Und das ist das Trendtief, was wir haben, das Korrekturtief. Das müssen wir halten. Ansonsten dreht der Markt wieder nach unten rum und geht deutlich tiefer in die Korrektur. Wenn er das nicht macht, wenn er schon vorher rumdreht, dann haben wir die Chance, dass sich dieser Aufwärtstrend hier in der Stunde weiter am Leben hält. Und wir das auf Tagesbasis auch sehen, dass der Markt dann hier jetzt schon aus dieser Situation nach oben heraus drehen würde. Und dann diese Hochsee wieder anlöpft. Und ansonsten, wenn wir da drunter laufen, das ist dann genau das gespielte Szenario, dass der Markt dann halt wirklich weiter weg will. Und das kann man natürlich hier im Kurzfristigen auch traden. Bis dahin ist ja noch ein Stück weit Platz, wenn sich das Ganze hier nach unten fortsetzt. Hier mal diesen Abwärtsschub nach unten zu nehmen, wer das Ganze ganz klein treten möchte und dann die 5 Minuten aus dieser Basis heraus nach unten traden will. Wenn das Ganze hier weiter tiefer geht und ein gutes CRV auch mit da ist. Warum nicht? Der Markt kann es auf alle Fälle hergeben, weil die Korrektur halt momentan immer noch relativ flach ist. Aber wenn solche Muster gar nicht erst gespielt werden, das heißt der Markt gar nicht erst so tief reinläuft, dann ist es natürlich auch immer wieder gut und gerne gangbar, dass wir gleich nach oben laufen. Und hier müssen wir in den Chart mal noch reinschauen. Wir haben hier ein relativ interessantes Level, weil hier hat sich ein Markt fortgesetzt an dieser Stelle. Das könnte gut und gerne auch angetestet werden, als Support genutzt werden und dann hochzudrehen. Das Marken, die wir hier im Fund Yen gut und gerne auch mit sehen können. Und damit schauen wir noch als drittes in das Cable rein. Cable hat man vor kurzem auch miteinander besprochen, als der Markt so weit, weit nach unten gelaufen ist. Das ist alles mittlerweile Geschichte. Rein aus charttechnischer Sicht haben wir hier mittlerweile einen Markt, der seinen vorhergehenden, zumindest den kleinen, diesen hier, diesen Abwärtstrend rausgenommen hat. Hier, das heißt, er ist hier das, was wir hier haben, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier war das Tief und damit hat er hier den Schub nach oben rausgenommen. Ist also jetzt wieder erst einmal aufwärts gerichtet da, aber noch kein neuer Trend vorhanden. Das, was wir hier sehen, ist genau das Gleiche. Wir haben jetzt nicht so was, dass man sagen kann, Bewegung, Korrektur, Bewegung, wie wir es hier drüben haben, sondern wir sehen halt hier erst mal nur diesen Schub nach oben. Und hier kam dann am Freitag das starke Umkehrsignal. Wir hatten ja am Donnerstag diesen Move nach oben, der hier in diesem Bereich 1,30, 100 stehen geblieben ist. Das wurde dann dazu genutzt, in die Korrektur reinzulaufen. Und jetzt kommt es auch hier drauf an, was nach unten hingeht. Nächster Support auf der Unterseite wäre mal dieses Bruchlevel hier um die Marke von 1,28. Das Hoch genau an dieser Stelle bei 1,28, 1,44. Da war das Hoch, da ist der Markt gebrochen. Also hier der Bereich um die 1,28. Das war hier drüben schon mal ein Staubereich. Das könnte jetzt wieder ein schöner Support werden. Da könnte es reinlegen, beziehungsweise könnte der Markt dann auch ganz, ganz ordentlich noch weiter runterlaufen auf den Markenbereich hier unten bei 1,27, 0,65. Das ist definitiv auch da. Da kann man auch schön in die Stunde reinschauen, wie sich das Ganze verhält. Aber man muss auch sagen, wenn sich das ganze Bild hier wirklich ändert, weil wir müssen an der Stelle die Lage auch neu beurteilen. Dieser Abwärtstrend, den wir hier haben, der ist jetzt raus aus dem Markt, der ist gebrochen worden und noch gibt es keinen neuen Trend. Hier kann sich genauso gut auch ein neuer Aufwärtstrend bilden. Das heißt, hier bitte auch wieder beide Szenarien mit im Kopf haben. Szenario Nummer 1 wäre natürlich die Wiederaufnahme der ganzen Geschichte nach unten. Da kommt es ein bisschen auch auf das Thema der Nachrichten. Ich glaube, Frau May tritt heute auch wieder vor die Kamera. Ich gucke nochmal kurz in den Kalender, ob heute irgendwas war. Ja, genau. Es ist offen. Es steht in den Nachrichten, steht gerade drin, die Frau May wird heute im Laufe des Tages auch noch sprechen. Da kann es durchaus zu Bewegungen kommen. Das heißt, das muss man immer so ein bisschen mit im Hinterkopf haben. Aber wenn sich die Lage hier grundsätzlich ändert und wir aus dieser Korrektur heraus dann den nächsten Schub nach oben bekommen, dann könnte es gut und gerne sehen, dass wir hier den ersten Schub im neuen Aufwärtstrend gesehen haben und dass aus diesem, was wir jetzt hier im Chart abgezeichnet bekommen, dann die korrektive Phase. Jetzt das ist, was wir sehen, wo auch immer die hinläuft, wie tief die auch immer läuft, wir wissen es nicht. Und dann der Markt, wie der uns die Umkehrzeichen gibt, nach oben zu laufen, dann haben wir hier die Chance auch, wenn es nach oben läuft, einen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Und der hat dann nach oben hin natürlich Potenzial, hier über die Marke von 1.30.1 zu laufen und danach zum nächsten Korrektur hoch hier, was wir hatten bei 1.31.746. Dazwischen gibt es noch ein paar Anlaufpunkte, das können wir uns dann raussuchen, wenn es soweit ist. Jetzt müssen wir erst mal schauen, wie sich der Markt hier aktuell hält und wenn wir das Ganze in der Stunde sehen, dann sehen wir halt hier auch einen Markt. Ich zoome das mal kurz etwas kleiner, der hier entsprechend an dieser Stelle, ja, hier in diesem Bereich etwas innehält. Das sieht man so ein bisschen auch an dieser Bodenbildung Phase, also hier um diese Marke, die wir hier unten drinnen liegen haben, scheint so ein bisschen ein Bereich zu sein, wo jetzt ein bisschen Inhalten gilt, wenn sich hier tatsächlich ein Boden bildet und der Markt hier aufspringt und wieder trendförmig nach oben läuft in der Stunde. Das wäre dann das Zeichen, dass die Korrektur hier zu Ende gehen soll. Ansonsten, wenn das Ganze nach unten hin weiterläuft, dann natürlich wieder mit Blick in den Tagesschat wäre das dann die Ausdehnung der aktuellen korrektiven Phase, die man im kurzfristigen Bereich gerne nach unten traden kann. Mittelfristig schauen wir mal, was passiert, gibt es den Aufwärtstrend, gibt es den Abwärtstrend wieder in beide Richtungen, gibt es dann ordentlich Fleisch am Knochen, das man definitiv auch mit nach Hause nehmen kann. Das also zu den heutigen Handelsideen. Ich blicke jetzt mal ganz kurz in die Chat hinein. In den Chat heute ist es ja nur einer. Fragen sehe ich da aktuell jetzt nicht. Das heißt, von der Stelle her sage ich danke für die Aufmerksamkeit zum Wochenstart. Ich wünsche allen sehr, sehr gute Trades. Und wenn wir hier noch mal ganz kurz vor dem Abschluss noch in den deutschen Aktienindex reinschauen, einfach nur mal um zu sehen, was hier passiert ist. Wir haben ja am Freitag hervorragend den Schub nach oben gesehen. Es ist einfach wunderbar, wie das funktioniert. Wir haben es ja auch besprochen gehabt. Wir hatten hier den ersten Move. Wir hatten dann anschließend hier die korrektive Phase. Und dann hat es den Markt einfach hier nach oben mehr oder weniger geprügelt am Freitag. Ich glaube, das Plus waren ja über 3%. Und was wir hier jetzt allerdings sehen, ist etwas sehr, sehr Schönes. Wir haben jetzt hier das Hoch, das letzte Korrekturhoch des Abwärtstrends rausgenommen. Das heißt hier, wir haben jetzt nicht nur einen validen Aufwärtstrend. Wir haben sogar mit diesem validen Aufwärtstrend hier den Abwärtstrend auf Tagesbasis gebrochen. Und das macht so ein bisschen Mut für mehr, wenn der Markt hier das Ganze weiterhin nach vorne schiebt. Das heißt, das Ganze positiv mit reinhält, kann hier schön in Zukunft was nach oben kommen. Da können wir auch die Frage schon mal stellen, wer nach uns kommt. Und hier haben wir dann doch einige schöne Korrekturhochs, markante Hochs, die dann auch angelaufen werden können. Das bleibt hier im Chart drinnen. Das macht Mut für mehr. Jetzt ist natürlich eins wichtig, wie geht es weiter. Nach so einem starken Schub vom Freitag ist ganz klar, dass wir auch mal noch eine Gegenbewegung sehen können. Aber wenn sich das dann nach oben fortsetzt, wunderbar, kann man sehr, sehr schön zum Traden nehmen. Auch wenn man hier mal reinguckt, hier kam dieser Knall nach oben raus. Wir hatten ja am Freitag hier reingeguckt, als der Markt die 11.000 Punkte Marke zurückerobert hat. Und das hat dann für diesen grandiosen Schub gesorgt. Also das war einfach herrlich, das hier zu sehen. Und ja, hier bleiben wir einfach mal am Ball und schauen, was passiert. Ich halte Sie und Euch natürlich an der Stelle hier auch immer über die aktuellen Sachen mit am Laufenden. An dieser Stelle allen einen tollen Montag. Und bis morgen dann hoffentlich wieder bei gangwarem Internet. Bis dahin allen eine gute Zeit. Tschüss.